Hallo, ich bin Anna-Lena Girt und das ist meine Freundin Antonia und wir beide wohnen in Berlin-Spandau. Wir wollen, dass wir frei leben können und dass es mehr Lebensfreiheit gibt, weil früher in der Nazi-Zeit war es ja auch nicht so schön. Wir beide hassen Hitler und wenn jetzt zum Beispiel verboten wird, dass wir nicht mehr tanzen dürfen oder unsere Lieblingsmusik nicht mehr gespielt wird, dann würde ich schon sehr traurig sein und dagegen kämpfen.